Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Yo, wir sind hier an der Hexenfarm. Ja, und heute geht es darum, das Sortiersystem zu bauen. Ich habe hier schon ein paar Hopper gemacht, die werden lange nicht reichen. Aber, naja, so ist das nun mal. Und jetzt wollte ich mal gucken, habe ich hier noch Comparator irgendwo gehabt? Gut, weil sonst müssen wir noch ganz viele herstellen, obwohl so viele dann doch nicht, anscheinend nicht. Das heißt, wir nehmen uns eben ein paar Sticks, damit ich Fackeln machen kann. Machen wir einfach mal ein Stack Fackeln. So, dann gehen wir an die Workbench. Fackeln da, fackeln da, fackeln da. Dann noch Neterquartz und dann noch so und so und in. Und dann machen wir uns Comparator. So viel wie geht. So, das reicht. Gib mir die Sachen wieder. Und dann habe ich hier noch Repeater, noch mehr Comparator. Und die Hopper habe ich mir schon hier hingenommen. Genau. Trap Chess kann da hoch. Die brauche ich nicht. Und jetzt ist die Frage, wie wir anfangen. Ich nehme mir mal eben einen Haufen Dreck. Ich habe gar keine Schaufel. Sehr nice. Aber ich kann mir eben schnell eine machen. So, hallo. Ich habe immer noch nicht meine neue Rüstung und sowas gemacht. Aber war bis jetzt auch noch nicht nötig, denn ich habe noch nicht so viel gespielt. Und jetzt gucken wir uns mal in den Kreis. Na, bauen wir erstmal die Sortierzellen. So. Das allererste, was wir machen, ist hier hochbauen. Nice. Direkt gefailed. Haha. Sehr schön. So, ab nach oben. Und dann müssen wir eben hier hin. Und uns hier so eine kleine Plattform bauen, damit wir hier besser arbeiten können. So. Das wird später wieder weggemacht. Aber jetzt brauchen wir das erstmal. Erst einmal. So. Und wenn ich das mache, kann ich ja mal eben sagen, wie es mit FTB weitergeht. Und zwar gibt es das ja jeden Freitag jetzt im Livestream. Ich hoffe, ihr wisst da alle Bescheid von. Jeden Freitag werde ich jetzt einen Livestream machen, außer wenn ich keine Zeit habe. Ich werde immer Freitags dann ein Video hochladen, wenn es einen Livestream gibt. Und dann wisst ihr, aha, es findet auf jeden Fall statt. Kann ich also zugucken. Auf Twitch läuft das Ganze. So. Und da können wir dann schön FTB weiterspielen, weil mein Computer, der schafft das komischerweise im Livestream. Nur zum Aufnehmen ist das immer ein bisschen schwierig. Genau. Ich brauche Kisten. Ich glaube, zum Bauen werde ich mich erstmal hier durchkämpfen. Los, Baum, geh kaputt. Ich hoffe, ich hatte da nichts aufgehangen. Nö, sieht nicht so aus. So. Ähm, Kisten. Hallo, Kisten. Nein. Hallo, sind hier Kisten? Nein, da sind keine Kisten. Warte mal. War hier irgendwo... Ne. Eventuell hier. Äh, hier ist noch ein Ei. Hier sind noch ganz viele andere Sachen. Es fällt mir... Oh, 17 Diamantblöcke. Sehr nice. Sehr nice, ja. Ähm, keine Kisten, ne? Dann gucken wir eben nach Holz. Hier, hallo. Ach komm. Verarbeiten wir das alles zu Kisten. So. Und Bäm. Und dann noch Bäm. Das hier ist, wenn ihr links klickt, gedrückt haltet. Im neuen, ähm... In 1.5.1. So. Dann verteilt er das alles perfekt. So wie wir es haben wollen. Und jetzt... Schauen wir mal. Wir haben 9 Sachen, die aussortiert werden sollen. Das heißt... Ja. Genau. Ja, ja. Ähm. Ich brauch noch mehr Dirt. Heißt das zum Beispiel? Hallo? Nehmen wir uns einfach nochmal 2 Haufen mit. Machen wir das einfach mal hier hin. So. Dann würde jetzt hier oben eine Kiste sein. Damit... Wenn das hier rein soll... Dann muss hier drüber die Kiste sein. Über diesen Block, wo ich gerade draufstehe. Also... Ey. Mein Gott. Hier, ne? Ja. Und die anderen Kisten... Müssen dann auch da hin. Ach, da müssen dann... Getrappte Kisten hin. Wie ging das nochmal mit einem Haken, oder? Ähm... Hab ich hier welche? Jawohl. Tripwire-Haken. So. Dann machen wir mal... Ein paar... Fünf Stück müssten reichen. Ich hab hier auch noch... Eine drinne. So. Und dann wird die Kiste hier wieder abgebaut. Los. Ich hoffe, die ist jetzt nicht... Ne, die ist hier. So. Drei. Vier. Fünf. Ey. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. So. Das kann man später noch erweitern. Aber das reicht so jetzt erst einmal. Genau. Ab nach oben wieder. Bam. Und jetzt... Kommen... Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ganz kurz. Ganz kurz. Genau. Jetzt kommen... Ähm... Hier Blöcke hin. Hallo. Die Kisten brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Glasblöcke wären wir da doch lieber. Wenn ich welche habe, natürlich. Müsste aber hier drinne sein. Genau. Das ist noch Glas. Dann können wir da wieder hochbauen. So. Hallo. Und jetzt. Ey. Oh. Oh. Toll. Hallo, Höhle. Mein Gott. So. Der Server hat mal wieder die Welt gerettet. Dankeschön, lieber Server. Richtiger Held. Ja. Ich spiele übrigens auf dem Server. Ey. So. Weil ich dann bessere Aufnahmen... Äh... Mehr... Mit mehr Frames aufnehmen kann. Weil der ein bisschen Rechnung übernimmt und so für mich. Und dann ist das alles deutlich angenehmer. So. Jetzt kommen hier überall die Trichter ran. Ähm. Ja. Genau. Die müssen an die Glasblöcke. So. Hallo. Und jetzt kommt darunter noch Trichter. Und die kommen alle an die Kisten, damit die die schön auffüllen können. So. Und über... Na, jetzt bin ich hier schon wieder runtergefallen. Ich glaube, ich habe nicht genug Trichter. Ach doch. Müsste erst mal... Ne, doch nicht. Ähm. Genau. Dann machen wir hier erst mal ein Block hin. Ne, da können wir eine Kiste hin machen. Und hier kommen jetzt überall Trichter entlang, die so bis zu der Kiste hin verlaufen. Und dort kommen dann später die wunderbaren Items rein. Das machen wir nochmal weiter, weil das ja später noch erweitert werden möchte. So. Als nächstes brauchen wir Steinchens. Oder Holz, womit wir bauen. Ich würde aber Steine bevorzugen. Machen wir uns einfach mal so eine andere hier. So. Ey. Ma. Ey. Hallo. Jetzt geht es hier wieder hoch. So. Ey. Sag mal. Ey. Sag mal. Ne. So. Hallo. Äh. Ne. Noch eine Reihe weiter runter. Genau. Ja. So. Da kommen überall Steine ran. Und die gucken jetzt, ob in diesen Trichtern hier was drin ist. Das heißt, hier kommen Comparator überall hin. Natürlich nicht invertiert. Dann kommt da nochmal eine Reihe Steine hin. Dann kommt da runter eine Reihe Steine hin. So. Geh kaputt. Düm, 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 düm. Und dann kommt hier nochmal eine Reihe Steine hin. Ab nach oben. Ma. Zum Glück habe ich... Ach ne. Ich habe nur noch eine Fackel. Nice. Ich brauche mehr Fackeln. Äh. Sticks habe ich ja genug. Redstone müsst ihr hier auch noch irgendwo rumschimmeln. Ja. Da ist auch noch Redstone. So. Ich freue mich schon, wenn das endlich alles sortiert ist. Äh. So. Du kommst aber ins Inventar, bitte. So. Und hier kommen jetzt überall Fackeln hin. Perfekt. Und dann kommt... Kommen dort überall noch... Repeater ran. Genau. Oh Mann. Jetzt zeigt das immer in die falsche Richtung. Jetzt muss ich das da oben nochmal kaputt machen. Ah, da habe ich zum Glück noch nichts draufgelegt. So. So. Und jetzt können wir hier wieder hochgehen. Düm, 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 düm. Hui. Dann kommen hier jetzt die Repeater hin. Perfekt. Und dann kommt jetzt hier wieder Blöcke hin. Scheiße. Äh. Mist. So. Jetzt brauche ich wieder Redstone. Davon hatten wir hier oben was. Hallöchen. Guten Tag. Dann geht's wieder hier hoch. Juhu. Und dann wird... Wenn hier die Steine verlegt wurden... Hier überall Redstone draufgelegt. So. Komm her. Perfekt. Als nächstes werden die jetzt vernünftig eingestellt. Und dazu werden wir in diesem Fall hier Dirt benutzen. Weil wir Dirt kein einziges anderes Mal verwenden werden. Und hier müssen glaube ich immer... 18? Glöcke rein? Nee. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Stein reinpacke, dann wird er eingesaugt. Genau. Ah. Jetzt regnet es. Oh nein. Mit F. Oh, es donnert sogar. Verdammt. Naja. Kann man jetzt nichts machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11. Und wenn ich hier jetzt was reinpacke, dann wird das noch nicht eingesogen. Aber... Ups. Scheiße. So wird das jetzt eingesogen. Genau. So machen wir es jetzt für die ganzen Dinger. Boah. Regen nervt nicht. Geil. 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 Ich bin ein Profi. Ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Das kommt davon, wenn man cheaten möchte. Hä? Verdammt. Oh, ich habe alles verloren, was ich hatte. Geil. Ich bin so ein Vollpfosten, ne? Scheiße. Wenigstens ist der Regen jetzt aus. Ich werde mir die Sachen übrigens nicht wieder hercheaten, weil das eigene Dummheit war. Da muss ich für bestraft werden. Äh. Naja. Scheiße. Scheiß die Wand an. Junge, Junge, Junge. Boah, das ist unglaublich. Das war jetzt der Hammer. Zum Glück hatte ich noch keine neuen Sachen gebaut, ey. Sonst hätte ich mich jetzt getötet. Ho 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 ho. Ich dachte, das würde den Regen sauber machen. Äh, weg machen. Naja. Selbstschuld. So. So. Und jetzt der nächste. So. So. Hallo. Und das machen wir jetzt überall hier rein. Eins, zwei, drei. Bäm. Und jetzt kommst du noch rein. Oh ja. Oh man, das ärgert mich. Einfach mal das ganze Inventar gelöscht. Wie dumm kann man eigentlich sein? Das konnte auch nur mir passieren, ne? Ja. Das war ja mal wieder klar. Oh man. Oh, ich habe Essen. Sehr gut. Scheiße. Ich habe mir gerade die ganzen Comparator gemacht. Ma. Oh. So schlecht. So schlecht, ey. Naja. Eins, zwei, drei. Jetzt müssen wir ganz oft klicken. Oh. Das war einmal zu viel. So. Jetzt gehen wir hier wieder runter. Bäm. Hallo. Hier müsste jetzt ein Dirtblock drin sein. Irgendwo. Äh. Warum ist der jetzt da drin gewesen? Komisch. Liegt wahrscheinlich am Server, ne? Ach du Scheiße, da bleibt ja immer einer drin liegen. Naja, das ist bei der Anzahl an Items, die wir hier haben, nicht schlimm. Mh, so. Mh, dann haben wir das fertig, jetzt müssen wir nur noch die Items da reinpacken, die letztendlich eingesogen werden sollen. Das heißt, wir haben Glasbottet, Sticks, so, hallo, dann, na, wir wollten ja auf jeden Fall, das hatten wir doch irgendwo sortiert. Gut. Das hier sortieren, das hier sortieren, dann wollten wir das sortieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, nun wollten wir aber zum Beispiel die Sticks und den Zucker zusammen packen und, äh, ups, die Gläser und die Spinnenaugen, weil wir die ja nicht so viel brauchen, zusammen in eine Kiste. Das heißt, hier kommen die ganzen Puder und hier kommen jeweils die beiden verschiedenen Sachen hin. Das heißt also, dass wir jetzt hingehen und ich hab schon einen Fehler gemacht, das heißt, wir müssen... Ey, wo sind die ganzen Blöcke? Äh, wir müssen hier einen rausnehmen und dann jetzt Redstone, äh, Glowstone, Gunpowder, Spinnenaugen, Gläser, ups, fast gefällt, oh, gefällt, oh, ähm, Zucker und Sticks werden hier jetzt aussortiert, so. Und wenn jetzt, äh, da oben das Zeug reinfließt, dann, ne, ihr versteht, ihr versteht, ja. So, jetzt müssen wir nochmal eben die... Irgendwo hab ich ja jetzt noch nichts reingepackt, in diese beiden. Dort machen wir jetzt erstmal Steine rein, damit da nichts, ähm, stecken bleibt. Ups. So. Und ja. Jetzt gehen wir hier hin und müssen noch die Sachen da verbinden. Mann, das ärgert mich jetzt. Jetzt haben wir hier Eis, so. Das wird jetzt noch dort angeschlossen, irgendwie. Und dann brauchen wir noch Holz. So, machen wir es einfach erstmal so. Bäm. Und, äh, dann brauchen wir noch Holz. Hallöchen, Holz. Wo bist du, Holz? Hier müsste irgendwo Holz drin sein. Oder auch nicht. Dann nehmen wir dort erstmal Dirt. Damit wir sehen, dass es funktioniert. Und ein Eimer Wasser kann ich direkt mitnehmen. Hier war doch irgendwo ein Eimer. Da waren sogar sechs Eimer. Ho. Obwohl, brauche ich gar nicht. So. Los. Ah, und hoch. Und, ah. Hallo. Bam. So. So. Und, äh, hier am besten noch ein Schild hin. Damit das Wasser nicht so weit fließt. Ähm. Haben wir hier Schilder, ist die Frage. Hallo Schild. Nein. Hallo Schild. Hallöchen. Das machen wir jetzt noch da ran. und dann sind wir glücklich und zufrieden und können das Wasser laufen lassen. Ähm. Machen wir es einfach da hin. So. Und dann kommt jetzt hier ein Eisblock ran. Der wird aufgedüngst. Äh, aufgedingst. Dann kommt... Nee. Da kommt kein Eisblock hin. Ähm. Was habe ich hier denn gemacht? Bin ich blöd? Da muss noch ein Eisblock hin und der muss kaputt gemacht werden. So. Jetzt geht das. Au. Verdammt. So. Jetzt geht das. Jetzt kommt das da rein. Kommt zu mir. Weil das da nicht lang soll. Dann stoppt das da und alles fließt da schön rein. Sehr nice. So. Jetzt machen wir mal an. Mal gucken, was passiert. Hallo Hexen. Ihr dürft jetzt spawnen. Vielleicht bin ich zu nah dran. Ähm. Vielleicht geht das auch nicht auf dem Server. Das wäre natürlich super fail. Äh. Die Shifting Floors funktionieren auf jeden Fall. Ich habe vor... Monster sind auf jeden Fall an. Ähm. Entities mal eben abchecken. Da sind auch schon ganz schön viele Entities hier unterwegs. Ähm. 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 Weiß ich jetzt nicht, woran das liegt. Eigentlich müsste es gehen. Wehe, das geht nicht. Oh. Dann wäre ich echt sauer. Oh. Boah. Hm. Naja, ich mache erstmal eine Unterbrechung und nehme etwas später weiter auf. Und ich gucke mal, ich ziehe das mal vom Server weg und mache das mal in meiner... im Normalen auf. Und dann... Ja. Sehen wir uns gleich. Bis dann. Also, wenn man nicht auf dem Server ist, funktioniert es. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber solange es hier wenigst... Da ist ein Creeper gespawnt. Scheiße. Ah. Da muss ich noch irgendwas machen, damit die da nicht spawnen können. Aber hier müssten gleich Items hochkommen. Genau. Die fliegen dann da lang. Und dann müsste gleich das alles hier wunderbar... Da seht ihr schon, eine Fackel ist ausgegangen und wir haben drei Flaschen hier drin. Oh, da geht das nächste aus. Oh. Spinnenaugen. Zucker. Oh. Noch mehr Flaschen. Sticks. Hallo. Zucker. Cool. Funktioniert also. Sehr schön. Sehr schön. So. Und da funktioniert auch alles. Okay. Ähm. So. So. Was wollen wir jetzt machen? Was wollen wir jetzt machen? Meine Schwester möchte bitte aus meinem Zimmer verschwinden. Tschüss. So. Mein Gott. Jetzt redet die auch noch. Boah. Schrecklich. Alter. Die kann doch hier nicht mitmachen. Ist doch kein Let's Play Together. So. Ähm. Wie ihr seht, habe ich in der Zeit auch schon mal ein bisschen was wieder Enchanted. Ähm. Hab mir gleich mal ein bisschen schönere... Boah. Guckt mal. Guckt euch den Helm an. Wäre das Diamant-Helm viel geiler. Protection 4. Äh. Fire Protection 3. Aber ist zum Glück nur eine Eisenhose gewesen. Feather Falling 4 ist ganz schnucke. Hier leider kein Unbreaking drauf bekommen. Schade. Hier nur Unbreaking 3. Aber. Na. Efficient 4 wäre nicht schlecht gewesen. Und dann noch. Sharpness. Firespeck Looting. Das ist ein schönes Schwert. Nicht das Beste. Oh. Einen Bogen muss ich mir noch machen. Fällt mir gerade auf. Aber ihr seht hier. Die Sachen kommen angespült. Und kommen dann hier. Werden dann hier wunderbar einsortiert. Glowstone, Gunpowder, Spinnenaugen. Flaschen Zucker. So und so. Da ist nichts. Ist natürlich klar. Weil da ja auch nichts sein soll. So. Da ist auch schon ein bisschen was von dem Zeug. So. Jetzt soll das natürlich nicht in den kleinen Kisten bleiben. Sondern das soll in diese Kisten hier transportiert werden. Und dafür brauchen wir Hopper. Und wir haben keine Hopper mehr. Ist das Problem. So. Das heißt. Wir brauchen zuerst Kisten. Und jetzt. Alter. Die sollen mal aus meinem Zimmer verschwinden. Ja. Oh. Äh. Ja. Wir brauchen Kisten. Und wir brauchen Holz. Und wir brauchen alles. Das heißt. Wir gehen mal eben durchs Portal. La la la. Schön hier durch. Und holen uns mal ein paar Kisten vom. Vom. Äh. Vom. Vom. Vom Lager. Beziehungsweise. Da hinten müsste noch genug Holz sein. Um viele Kisten. Jetzt. Go. Viele Kisten machen zu können. So. Da habe ich ganz schnell geredet. Habt ihr das gehört? Haha. Warum ist mein Schwert jetzt angepasst? Hä? Habe ich damit geschlagen? Ne. Ähm. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Mhm. Ja. Ähm. Livestream ist jeden Freitag. Habe ich schon gesagt. Ist egal. Nicht vergessen. Jeden Freitag. Um 21.30 Uhr. Das liegt daran, dass ich nicht früher kann. Weil ich noch bis 9 Uhr Training habe. Und. Ja. Am Donnerstag werde ich mit Debitor etwas aufnehmen. Was wir noch. Oh. Es ist. Ähm. Tag. Was wir noch nicht gespielt haben. Was glaube ich ziemlich neu ist. Und. Ähm. Wird auf jeden Fall Minecraft sein. Oh. Hier sind viele Bäume gewachsen. Ähm. Was Neues sein. Was ihr wahrscheinlich nicht kennt. So. Und. Ich hoffe es gefällt euch. Das Redstone Battle dauert noch ein bisschen. Weil. Ähm. Ich da noch eine Arena brauche. Und noch einen gescheiten Server. Aber ich denke mal. Ich werde das erstmal. Auf meinem Server laufen lassen. Weil. Das so ist. Weil. Ähm. Ich habe gefragt. Der Bitos Server. Adnan Besitzer. Da. Da müsste ich einen Server kaufen. Und. Das geht. Momentan nicht. Weil ich nicht genug Geld dafür habe. Um einen Server. Zu mieten. So. Jetzt brauchen wir ein bisschen Eisen. Hallöchen. Und. Dann machen wir uns ein paar Hopper. So. Da kommen. Die Dinger. So. Dann werdet ihr da wunderbar verteilt. So. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt habe ich leider nicht genug Eisen. Für die ganzen Kisten. Ach. Du Schande. Mh. 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 Hallöchen. So. Machen wir da noch 5. Ja. Dann brauche ich noch 25 Eisen. Äh. 1. 2. 3. So. Hallo. Hallo Eisen. Hallo Hopper. So. Ey. 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 So. Und so. Und dann noch einmal so. Und das Eisen kommt da hin. Und jetzt haben wir 32. Hoppa. Oho. Oh. Was macht der Slime hier? Komm. Das kommt. Ah. Getroffen. Haha. So. Geheimgang nehmen. Ich sagte. Geheimgang nehmen. Und dann geht's hier lang. Wiii. Juhu. Weiter geht's. Hä? Falsche Richtung. Falsche Richtung. Mein Gott. Und jetzt. Bäm. Und ab geht's. Juhu. Und äh. Was gibt's noch so Schönes? Was ich noch sagen? Ich wollte bestimmt noch etwas sagen. Verdammt. Äh. Warte. Äh. Gleich kommt's. Genau. Genau. Ja. Ja. Nee. Ich weiß es nicht mehr. Nice. Ich bin immer noch ganz schön sauer, dass ich echt zu blöd war und mein ganzes Inventar gelöscht hat. Aber wenn man, wenn man den Regen ausmachen möchte, wenn man cheatet, dann ist das auch die gerechte Strafe. Also, da hab ich auch, na, ich hab's fürs Let's Play gemacht, weil das nervt einfach, wenn's die ganze Zeit regnet. Aber, gerechte Strafe. Ich hab meine ganzen Sachen verloren. Ist auch okay so. Passt schon. Ich hab jetzt wieder neue, viel bessere. So. Und manchmal muss man auch alte Sachen von sich gehen lassen, um... Na, das ist jetzt scheiße. Ähm, okay. Hoppher, du gehst jetzt mal meinetwegen so, dann füllt sich das hier gleich mit Redstone nicht, weil da eine Torch ist, was mir jetzt ein ganz schönes Dorn im Auge ist. Scheiße. Ähm, hab ich nicht gesagt. Dann müssen wir das anders machen. Und zwar müssen wir die Kisten durch Hopper ersetzen. Und das machen wir, indem wir die Kisten abbauen. Hoho. Ja, nicht erwartet, wa? Eine Axt wär nicht schlecht, ne? Das wär mal was. Hab ich... Ich hab zwei Eisen im Inventar. Und hier müsste noch ein Eisen drin sein. Jetzt brauch ich nur noch zwei Sticks. Und dann kann ich mir eine Axt machen. Juhu. Ja, eine Axt hab ich mir nicht gemacht, die Scherzkeks. Das hab ich wohl vergessen. Doof. Aber ich benutze... Ich brauche Äxte ja eigentlich auch nicht so oft. Deswegen hab ich mir wahrscheinlich gedacht... Ach, komm. Komm, brauchst du nicht. Lass mal. Aber falsch gedacht. So. Ey. Hallo. Dort. Geh da wieder weg. Ne. Doch, das ist richtig. So. Perfekt. Jetzt kommt da die Hopper ran. So. Hallo. Wie geht's denn so? Und... Nein. Wieder runtergefallen. Dort. 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 Hallo. Weg. Und jetzt kommen da wieder Kisten hin. Wieder abwechselnd. Ähm. Einmal R. Dann R. 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 Und jetzt packen wir hier zum Beispiel den Redstone rein. Und dann wird das jetzt hier reingepumpt. Juhu. Sehr nice. Dann. Hier war Glowstone drinne, danke. Hier war Gunpowder drinne. Hier waren Spinnenaugen drinne. Hier waren Flaschen drinne. Hier war Zucker. Und hier waren Stäbe. Und jetzt wird das hier alles schön verbunden. Diese Kiste geht jetzt hier unten hin. Das heißt... Das heißt... Sie muss zuerst einen Block nach unten. Und dann... Dieses Teil hier befüllen. Jetzt kann ich zum... Ach ne, kann ich gar nicht. Entschuldigung, falscher Alarm. Und jetzt wird noch dieses wunderbare Ding hier dahin gebracht. Jetzt können wir zum Beispiel, damit das schneller geht, eine Kiste als Zwischenbuffer machen. Buffer, Buffer, Zwischenbuffer machen, wenn ich Holz hätte, um Kisten zu bauen. Ja. Ne, hab ich aber nicht. Sehr schön, sehr schön. Ihr seid nicht im Einsatz, wahr? Aha, ich will euch nicht abreißen. Äh, hallo? Warum kann man aus Sticks eigentlich keine Kisten machen? Das wäre doch mal was. Mensch. Egal, da mache ich dafür jetzt erstmal... Ne, und so. Dinger hin. Und... Die führen... Ey, sag mal. No. Stopp. Das führen wir hier lang. Das ist wie Pipes in, äh... FTB oder sonst was. Das wird dann einfach hier lang geführt. Jetzt ist die Frage... Ob... Ob... Dieser Itemhopper hier Sachen einsaugt, die dieser hier transportiert. Das heißt... Ähm... Ich packe mal eben hier... Dirt rein. Und jetzt gucken wir mal, ob das hier durchlaufen wird. Ja. Das war mir klar. Fail. Das heißt, wir müssen leider das ganz hier lang laufen lassen. Das ist natürlich nicht so optimal. Kann man da was dran ändern? Ähm... Ähm... Hm... Nee, sieht... Warte... Man... Könnte... Ja, man könnte das verbessern. So... Indem man... Diesen hier... Direkt... Nach unten verlegt. Hallo? Wo ist mein Dirt? Ich hatte... Ach, den hab ich hier reingeschmissen, ne? Ja. So, dann komm mal wieder her hier, süßer. An den komm ich gerade nicht ran. Ist da noch eventuell... Äh... Etwas drinnen? Nee, da ist nur Glowstone. Sehr schön. So soll dat sein. So, das kommt wieder alles weg. Das war falsch. So. Dann wieder hochbauen. So. Dann kommt da jetzt die Kiste ran. Und dann... Können wir das so machen. So ist das noch etwas effizienter. Und jetzt müsste hier wieder irgendwo Dirt lang gefallen sein. Shit. Mein Gott. Immer hier am runterfallen. Hallo? Noch alles gut bei dir? Nein, anscheinend nicht. Warum fällst du hier mal runter? Jetzt packen wir da den Gunpowder, das Gunpowder rein. Und dann müsste das hier sich gleich auffüllen. Genau. Genau. So, Kiste. Okay, alles clean. Und jetzt noch die... Ey. Redstone-Kiste angucken. Und da ist auch alles clean. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal verkabelt. Und wenn jetzt Items ankommen, dann wird sich das hier füllen. 61, 56, 60. Und dann gucken wir mal, ob da gleich etwas von ankommt. Was machen die Hexen? Die spawnen da hinten ganz fleißig. Ich dachte gerade, ich hätte noch andere Mobs da gesehen. Aber war nicht der Fall. So, warum kommt hier gerade nichts hoch? Dauert wahrscheinlich noch einen Moment. Los. Jetzt. Warum ist das so uneffizient geworden? Wie viele Mobs haben wir denn? 74, wo kommt... Wo? Da oben? Ach du Scheiße, da oben können welche spawnen. Seht ihr das? Da ist ein Zombie. Da müssen wir gleich mal eben hin. Ähm, mal schauen, ist hier was angekommen. 62, 59, 64. Da füllt sich das gerade auf. Sehr, sehr schön. So. Jetzt wollen wir doch mal schauen, was da abgeht. Hallo Dirt. Bauen wir uns da mal hoch. Ähm, Facken kann man natürlich mitnehmen. Zum Ausleuchten. Ich müsste hier noch Kohle haben. Genau. Und Sticks habe ich ja sowieso noch ein paar. So. Sticks hatte ich auch im Inventar. Ist mir gerade aufgefallen. Aber naja. Egal. So, jetzt geht's hier hoch. Hallo. Da war doch gerade ein Zombie. Ich hab dich doch gesehen. Ach, der war bestimmt nur in diesem einen Loch. Weil, hab mich schon gewundert. Eigentlich dürfte ich hier gar nicht spawnen können. Weil das hier eigentlich alles sehr gut ausgeleuchtet ist. Bis natürlich auf diese Stelle hier. Wo man jetzt einfach so... ...ne Fackel reinquetschen könnte. ...machen wir jetzt einfach mal so. Dann gucken wir hier nochmal. Ja, ja, ja. Ja, genau. Hier kann nichts spawnen. Da oben können Monster spawnen. Ach du Schande. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Und hier habe ich doch auch eine Spinne gehört, oder nicht? Da ist eine Spinne. Wo kommt die denn her? Mein Gott. Da sind jetzt auf jeden Fall ganz viele... Ach du Scheiße. Junge, Junge, Junge. Geh weg, Creeper. Nicht ex... Oh! Nee. 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 Ey, ey, du... Nein! Warum? Ah! Scheiße. Ma, gibt's nicht irgendwie... Ach, Scheiße, 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 Scheiße. Wo sind die Kisten, die da waren? Sind da irgendwo Kisten? Verdammt! Ah, da sind Kisten, da sind Kisten. Oder? Hier sind Kisten. Werfen wir das mal alles da hin. Damit wir bald so schnell wie möglich die Kisten da an den Start bekommen. Scheiße. Ah! Creeper! Warum hat das nicht funktioniert so wirklich? Warum... Ah! Da ist eine Kiste. Nur eine? Hat nur einen überlebt? Nee. Zum Glück noch mehr. Aber nicht wirklich viel. Hier hochbauen. Nee. Kisten platzieren. Kisten platzieren. Ach du Scheiße. Liegt da noch eine Kiste? Kann ich so grad nicht erkennen. Naja, erstmal hier reinräumen. So, er ist voll. Ist hier alles weg? Nein, da liegen noch Sachen. Äh, Inventar wieder voll. Hallo? Scheiße. Äh, so. Von hier hab ich jetzt alles, ne? Genau. Perfekt. Ja, da hat der auch mal eben das Glas kaputt gemacht. Arsch. Das ist so ein Arsch, ne? Ja, jetzt hör auf da raus zu spritzen. Ich hasse ihn. Eigentlich mochte ich Creeper mal. Aber das hat sich soeben geändert. Boah. Macht der alles kaputt, ne? Da kennt der kein Erbarmen. Toll. Hab ich hier irgendwo Kisten reingeworfen. Nein. Scheiße. Das sortier ich jetzt aber nicht. Das mach ich, wenn ich, äh, Zeit habe. Wenn ich Lust dazu habe, was wahrscheinlich nie so sein wird. Wer möchte das für mich sortieren? Hä, 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 hä. Nein. So ist hier jetzt noch ein scheiß Monster. Nein. Gut. Boah, macht der das einfach alles kaputt? Meine Güte. Da ist ein Slime. Am Arsch. So. Ne, Welt wird nicht neu geladen. Ähm, wir müssen jetzt hier so langsam Schluss machen. Das Teil funktioniert jetzt hier, das Sortierding. Ich schließe noch die anderen Sachen hier an die anderen Kisten. Und, ähm, ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann wäre es super von euch, wenn ihr einen Daumen nach oben geben könntet und vielleicht einen Kommentar schreiben könntet. Was man, wenn ihr vielleicht wisst, was man noch anders machen könnte. Aber nur, wenn ihr es wirklich wisst und keine Vermutung. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss.